Ich möchte Ihnen nochmals, Herr Bruno Gröning, danken, dass Sie mir auch die wunderbare Heilkraft des Vaters, deren Vermittler Sie ja sind, zukommen lassen. Wenn Sie mich sehen würden, so glaube ich, so hätten Sie lieber, Herr Gröning, selbst die größte Freude an diesem Erfolg. Danke an Ihrem Entgegenkommen konnte ich doch nach 30 Jahren Krankheit geheilt werden. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja Im ersten Lebensjahr habe ich bereits eine Spastische Kinderleben in dem ich bis zum 1951 hatte. A 4 Jahren Kurt Praneker wurde für drei Monate eingestellt, von dem Körper bis zur Schulz. Die beiden Hände waren divaricaten. Vorher hat er, für 8 Jahre, die beiden Hände zu tragen. Er wurde operiert mehrmals. Die Hände wurden ausgestattet oder ausgestattet. Durante der Krieg, zwei Traumme und Nervi hatten, er musste zu verlassen. Er hatte zu verlassen. Durch die Vermittlung von Frau Grethe Holzbauer habe ich das Buch »Die große Umkehr« von Dr. Kurt Praneker zu lesen. Als Erfolg war dieses System, dass die erste große Besserung eintratte. »La Frau kam ...« »La donna, dopo tre settimane, è venuta e mi ha restituito il libro, dicendẫu. » »Lo sa che è successo. постро boot wurde sie nach 10 cm. denn sie hatte die Tendine mehr lang und konnte nicht die Gäste halten. Deshalb musste sie immer so gehen gehen. Aber jetzt ist der Tendine sich allgemein und kann schnell gehen gehen. Und jetzt sind die Tendine trocken. Das Einwärtsdrehen. Die Schleifen der Beine, die Klammer X-Stellung, Hörte auf, weiter kann ich die Kniebeuge leichter machen, die Haltung des Körpers ist nicht mehr vorgeneigt und die Gleichgewichtstörung hat nachgelassen. Die Geläufigkeit in den Fingern hat sich auch verbessert. von Kierken. Inseguito è venuto nella comunità e, allora è migliorato così velocemente, ottenendo un po' alla volta la guarigione, così da poter persino andare su e giù per le scale velocemente. La cosa è andata così avanti che un paio di anni più tardi ha perfino frequentato un corso di danza. Ich möchte Ihnen nochmals, Herr Bruno Gröning, danken, dass Sie mir auch die wunderbare Heilkraft des Vaters, deren Familien Sie ja sind, zukommen lassen. Wenn Sie mich sehen würden, so glaube ich, so hätten Sie lieber, Herr Gröning, selbst die größte Freude an diesen Erfolg. Danke an Ihren Gegenkommen konnte ich doch nach 30 Jahren der Krankheit geheilt werden. Jedenfalls bin ich Ihnen zum tiefsten Dank verpflichtet und wünsche Ihnen für Ihre Weiterarbeit Gottes Segen.